Oh, was ein wundervoller Tag! Soll ich hier trinken? Oh nein, er ist wieder da. Warum hast du mein Wasser aufgewühlt? Wie kann ich etwas bitte machen, worüber du dich beklagst? Das Wasser fließt von dir zu mir. Ach du, vor sechs Monaten hast du Böses über mich geredet. Nein, da bin ich noch nicht mal geboren. Ach du meine Güte, dein Vater hat Böses über mich geredet. Das stimmt nicht. Dafür wirst du bezahlen. Nein, bitte verschone mich. Diese Fabel wurde für jene Menschen geschrieben, die die mit unwahren Gründen unschuldigen unterdrücken. Die Fabel jetzt ist her! Untertitelung des ZDF, 2020